Gut, dann würfeln wir erstmal, oder? Oder wollt ihr schon viel ziehen? Zwei, fünf, zwei. Das heißt, ich fang an und dann bist du dran, dann du und dann darfst du als erste angreifen. Ja, gut, gut. Lass mal fünf ziehen. Gut, dann Drawface. Ist jetzt eine Karte? Ist jetzt zwei Karten verdeckt, dann bist du. Draws erst unter Weltklar. Warning. Endphase. Mystischer Raumteil vorhin noch wieder. Oh, das ist schön. Ernste Warnung getroffen, okay. Rabbit. Ist das okay für dich? Ja. Schön, Rabbit Effect. Du darfst aber nicht angreifen, ne? Es liegt an ihm. Achso, er darfst du das ja anfangen. Ja, weil ich ja anfangen durfte. Ja. Das letzte Mal hast du ja angefangen gehabt, dann durfst du. Ja. Response? Ne? Okay. Da wär das Warnung nett gewesen. Da wär das nett gewesen. Das war echt Lack. Lackstack hier. Perfekt. Oh. Das wär echt ein guter Treffer gewesen. Ja, ja. Das passiert. Aber ey, die ganze Backup ausgenommen. Hier. Viel investiert hier. Egal, mach gleich Rapper Pop. Win. Ist okay? Ja. Ja. Nein. Nein. Will ich nicht. Ich kettet rein. Ich greife einfach die in die Hand und schmeiße diese Karte in den Müller an und verbrenne sie. So nennt sich die Karte. Kartenzersetzung. Kartenzersetzung, oder was? Gedankenzug. Dann setze ich auch drei Karten. Und dann geb ich ab. Den Löffel. Witzig. Enhilt. Geschäft. Ja. Kein Bela. Rapper Effekt. Was kommt jetzt? Finstrelation. Dress. Das wär schön. Schade, ne? Ja. Hast du jetzt aufbewahrt, oder hast du ihn gerade gezogen? Ich glaub, das hat er jetzt gerade gezogen. Bin ja gezogen. Die Geschäfte oder was? Sonst hätte er das schon letztens. Wahrscheinlich da ein bisschen auch mein Feld zum Feld. Tore? Mhm. Von mir aus ist das okay. Ja, von mir aus ist das auch voll okay. Tore Effekt? Mhm. Kannst du was sagen? Okay. Ja, ja. Ist okay. Tore Effekt? Ja. Ist doch schon ganz schnell ein Minus, ne? Nee, das kommt ja. Er kriegt doch jetzt die ganze Karte nochmal. Natürlich ist er Minus. MST Endphase. Ja. Und was auch immer. Und der muss ja abwerfen mit Graffa. Aber der Graffa bringt ja wieder den Plus. Ich dachte nur, es hat noch eine Handkarte. Schon ein bisschen mies, ne? Nee, kommt ja jetzt noch die zweite. Ja, kommt jetzt. Oh, jetzt kommen die Shenanigans. Ja. Drop, fly, drop, fly, fly, drop. Zehn Millionen Graffas. Ja, ich. Ich auch. Ja. Das macht Spaß, ne? Das macht richtig Spaß. Jetzt kommts. Doppel-Reckless erzielts. Ja, das krieg ich ja. Normal. Brauchst du das? Ist okay. Das finde ich hier noch. MST habe ich aktiviert. Und den Warning habe ich auch aktiviert. Ja. Ja, ja. Viel Spaß. Ja. Er darf uns aber beide angreifen, oder? Ja, er darf auswählen, wie er möchte. Hier gibt es keine Lebenspunkte-Limitierung. Das kann er entscheiden, weil er hatte den Überlebenskampf hier. Ja, ja. Stimmt, stimmt. Okay. Dann kann er den angreifen, den er will. Ähm. Battle Phase? Mhm. Attack auf. Mich? Ja. Auf Slash? Ähm. Ja, ja. Ja? 3.000? 3.000, ja. Okay. Damit haben wir... 6.000 hab ich, du hast 8.000 und du hast 5.000. Dann End Phase. Okay. Einglöse noch? Nein. Einglöse noch? Nein. Müsst du noch. End Phase. Du willst. Wenn Dark World jetzt gewinnt, ne? Geht nicht. Er hat sich jetzt wieder seinen Advantage zurückgeholt, so ein bisschen. Mhm. Mhm. Call? Fallen Karten? Irgendwas? Erdkett war was? Nein? Nein. Keine Fallen. Aber Options. Okay. Okay. Hatt ich lieber vorher abwerfen sollen. Ja. Ja, die Mirror Force wäre natürlich ziemlich sinnlos gewesen. Ja. Ach, das war die Befallinfektion. Ach, schade. Ja. Da hättest du die Fensterilösung gehabt. Weißt du? Für einen Graf haben wir immer fast ein bisschen. Ja. Na gut. War schon irgendwie klar, dass er irgendwo hier ist. Ja, natürlich. Gut, dass er ja noch einen spielen kann, ne? Nicht so wie wir letztes Mal gegen dich. Ja. Ja, das ist schon mal mit den Zweien. Normal. Äh, ja. Effekt. Hallolieren. Ach, ist schon. Das musste er eigentlich wissen. Ich kann mir auch nichts mehr haben. Ja, ich glaube. Du kannst nichts abwerfen. Jetzt hat er aber schon trotzdem noch die da. Tore-Effekt. Er wollte mir die nur rauslocken. Ja, jetzt geht's los. Beige-Effekt. Ja. Ja. Wieso zieht sich keine Maxi gegen das Gerät hier? Gerät. Gut, dass die nur kurz ist auch bei uns zwei, ne? Ähm. Der junge Herr hat hier mit so vielen Vorteilen sich erschafft. Battle-Face? Mhm. Trance-Attacke auf Slash? Wie viel hat er? 1,8. 1,8. 1,8. 1,8. Das sind dann... 3,200 hier. Und beige-Attacke auf Slash. Das ist 1,9, ne? Ja. Das sind dann 1,300. Dann nehm ich das 2. Mhm. Cowboy? Aber das reicht nicht. Mhm. Das war nur Special Summoner? Mhm. Okay. Nur. Du hast meine Hand schon wieder vergessen, ne? Dann setz dich nochmal. Ich weiß nicht, was du hast. Das ist Normal-Outs-haft dagegen. Hast du gefunden? Du hast meine Hand nicht gesehen. Ich hab deine Hand wieder vergessen. Ich sag's doch. Er weiß es auch. Endphase. Ja. Du weißt nicht, was du weißt. Du weißt... Wer weiß, wer was überhaupt weiß, ne? So, ja, hier, ne? Ja, MSD. Mhm. Hat der nur 1,950. Verdammt! Heliotrop ist genauso stark. Verdammt! Aber Defense kriegt der nicht mehr, oder? Doch. Ich hab grad MSD gezogen. Ja, theoretisch schon. Verlockten Defense sonst? Mhm. Für das ja. Genau. Nach der Auflösung dann Vorzeigen wegen Virus, oder? Was? Nach der Auflösung muss der Vorzeigen wegen Virus, oder? Nach der Auflösung muss der Vorzeigen wegen Virus, oder? Du musst die beiden vorzeigen, was er gezogen hat, oder? Dann muss er die Feierkarten alle abwerfen, die er gezogen hat. Welche Karten muss ich mir zeigen? Die du gezogen hast, die beiden. Das sind jetzt die beiden hier. Jetzt wirfst du... Jetzt musst du einen verbannen, und wenn... Dann musst du die übrige Karte... Verband jetzt eine von... Wenn du jetzt eine von den Beinen verbannst, musst du nur die eine vorzeigen. Wenn du eine von den anderen verbannst, musst du die andere Beine vorzeigen. Okay. Du würdest... Mhm. Mir musst du es ja nicht nach... Eigentlich müsste er... Müsst du mir die andere Karten in mir hinzeigen. Wir spielen zusammen natürlich sein. Ja. Natürlich. Das ist Wotter, ne? Ja, klar. Das ist natürlich das Wotter. Ähm... Ja. Okay, dann setze ich noch zwei Karten. Ja. Damit fertig. Ich verbande Sternstockdreffen. Ähm... Ja. Tür. Torrentialversicherung wäre jetzt nicht schlecht, ne? Naja. Da sagst du was, ne? Ähm... Die ist ja auch schon mittlerweile hier, ne? Ähm... Battlefaced. Stardust. Attack auf Slash. Ja. Damit ist er weg. Es sei denn, wir müssen noch was anketten. Bevor du stirbst. Wie viel hat er? Das bringt nichts. Wieso bringt das? Kann nicht zerstört werden? Was soll ich denn dann anketten? Du störst doch nicht die! Wie viel hat er? Ja. Er hat jetzt eins frei. Jetzt wird er dann null haben. Ja, du... 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 Du kannst doch was da mal so stellen. Na gut. Null. Ja, ich... Dann entfällt's? Ja, dann bin ich dran. Dann spielen wir gegeneinander. Ja. Guck her. Ja. Hätte ich... Hätte er mir verdeckt hier hingelegt und dann... Ja. Okay. Ich hab Gerümpelsynchronisierung gezogen. Ach... Dieser übelischer... Scheißtraum. Darko? Darko? Warum nicht ein Zug früher? Warum nicht? Was? Na cool. Konnte ich ja nicht. Da hat er nichts vernünftiges auf dem Feld gehabt. Da hat er einen Gruffer gehabt. Das bringt mir ein Darko auf den Gruffer. Ja. Ja. Du warst dann dran. Ich hab kein Zugmedaille. Ich glaub das... So. Ähm... Let's go. Namesnamen? Ja. Perfekt. Ja? Okay. Special? Ja. 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 Synchro? Für... Und der Fischler. Ich muss bald mal nachgucken. Zieh ich über BB-Jicker? Okay. Battleface? Ja. Greif dich für 2400 an. Ja. Damit hast du 5600. Wann bist du dran? In der Endphase? Ja. Zugang? Ja. Da spielt jemand besser als letztes Mal. Da spielt jemand besser als letztes Mal. Das sind beides Handkarten, oder? Ja, das sind Handkarten. Das ist auch eine Handkarte. Toreffekt. Serious. Rapper. Das war's. Der hat auch nichts gebracht. Der wäre weggepoppt. Was, wie viel? Ich habe 6000. Battleface? Attacke? Attacke. GG, ne? Gutes Spiel, nicht schlecht. Muss ich sagen. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Die Father. Ich habe das geöffnet.